Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. So, was soll man sagen? Also, unser Falling Wedge, was wir hier haben, ist jetzt erstmal der Ausbruch und der Retest im vollen Gange. Deswegen all eyes on Bitcoin zu diesem Moment. Du siehst es hier, ich bin schon die ganze Zeit überlegen, ob hier das Pattern Broadering Wedge hier eine Rolle spielt. Also einen auseinanderlaufenden Wimpel, wenn man so möchte. Werden wir erstmal gucken, wie wir das jetzt nochmal gleich angehen. Allerdings hat der Kurs hier eine sehr, sehr schöne, gute Option, hier einen Support zu finden. Allerdings werden wir noch gleich sehen, er wird von einem Daily Widerstand gedeckelt. Also werden wir uns heute nochmal einen ganz genauen Blick drauf werfen. Hat Bitcoin heute nochmal die Chance, diesen doppelten Boden tatsächlich auszuspielen und nochmal zu steigen? Der würde uns nämlich auf ein neues Key-Level heben und vor allen Dingen wieder in unseren Aufwärtstrend hinein. Also, alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dass du gestern meinen Aufruf gefolgt bist und heute wieder dabei bist. Das heißt, du hast ein Abo alles richtig gemacht auf deiner Seite, würde ich sagen. So, machen wir also weiter. Intro hast du dir hoffentlich angeguckt, da habe ich das nämlich eben erklärt, wie wir hier vorgehen. Also, Retest ist hier mittendrin. Doppelter Boden, für alle, die es nicht wissen, wir haben ja hier unser All-Time-High nochmal markiert. Und hier der doppelte Boden mit der schiefen Neckline auf jeden Fall. muss sie sich ausspielen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Und hier wird es nämlich auch schon haarig, denn eigentlich ist hier schon die Rejection gekommen. Ist jetzt nur nochmal die Suche nach dem Support hier auf unserem Abwärtstrend. Also quasi, ist es ein Fake-Out oder tatsächlich ein Break-Out. Wir können es auch nochmal historisch, kann ich das gleich hier nochmal zeigen. Also, was uns hier erwartet, können wir auch hier sehen. Hier gab es auch diesen doppelten Boden zur Neckline runter, hat den Support gefunden, wollte dann ausbrechen. Das Ausbrechen haben wir hier schon längst hinter uns und hoffen, dass es nicht diesen Abverkauf gibt. Aktuell, wir hatten ja noch gesagt, hier vielleicht nochmal zur Erinnerung, hier unten, das ist unser altes All-Time-High 2017, 2018. Deswegen wichtiges, wichtiges Key-Level für den Monthly-Support. Können wir vielleicht nochmal kurz einblenden für dich. So, da haben wir uns Monthly-Support aktiviert. Das hatten wir uns gestern erarbeitet, also aus dem alten All-Time-High vom 11. Dezember. Deswegen ist das halt so wichtig, beziehungsweise auch hier siehst du, wurde das alte All-Time-High als Widerstand genommen, bis dann eben die Rakete gezeigt hat, dass es eben weitergeht. Und jetzt ist das Antesten als Support. Also, All-Time-High, Widerstand und Support soll es dann eben hier werden. Das lustige Dreigestirn von Bitcoin-Key-Level. So, also, Potenzial brauchen wir, glaube ich, nicht akkurat machen, denn es ist quasi das, was hier die Höhe angibt, geht auch nach oben. Das heißt, das hier wird angegangen. Dann, selbstverständlich können wir uns das ja auch nochmal mit dem Fibonacci-Level bestätigen, ob der Kurs dorthin möchte. Und ja, das möchte er genau. Dort ist ein Fibo-Level, das 0,382er, also bei 21.522. Kleine Differenz bei mir, alles cool. Also, diese doppelten Linien, ich erwähne es immer gerne für alle, die es nicht wissen. Es ist immer so diese 5%-Differenz, die ich mir hier mit reingenommen habe. Das ist immer die Range, in der halt getradet wird, muss man einfach mal ein bisschen schauen. Also, 21.500, aber auch das wissen wir, beziehungsweise das könnte ein harter Widerstand sein, war ja bevor, vor die letzten Wochen oder Tage kein Key-Level, ist es aber jetzt. So, nichtsdestotrotz, wenn das ganze Ding hochsteigt, ist 22.000, so ziemlich genau, hier ist es 22.041 bis 22.182, ist hier das 0,5er Fibo und es trifft hier auf unseren Abwärtstrend. Das heißt, selbst bei einem bullischen Ausbruch und der erste Punkt wird hier schon schwer. Hier heißt es Obacht geben, denn hier ist unser Abwärtstrend. So, soweit die schnöde Theorie, die wir uns jetzt hier mit den gegebenen Mitteln hier eingezeichnet haben. Wir schauen jetzt nochmal nach, boah, bin ich heute schnell, bin ich heute wie ein Maschinengewehr, 5 Minuten auf dem Tacho. Gut, Ausbruch aus dem Falling Wedge haben wir gesehen, Key-Level nach oben haben wir gesehen, Retest ist im Gange. Jetzt schauen wir die im Intro angesprochene Range uns an. So, dafür nehmen wir uns den Multi-Timeframe WeWeb mit rein. Also WeWeb steht ja für Volume Weighted Average Price, also wo wurde in diesen Zeitabschnitten, in diesen Intervallen am meisten getradet. Hier siehst du Daily und Weekly, wir machen es ja auch nochmal schön groß mit den tollen Zahlen. Und dann siehst du eben, als ich noch geguckt habe, war der Kurs, du siehst es an dem Wick nach unten drunter. Deswegen habe ich gesagt, Daily dient als Widerstand, der jetzt schön durchbrochen wurde. Also hier schlängelt sich heute der Kurs rum und du siehst, wenn der Widerstand durchbrochen wird, wie volatil das Ganze hier losgeht. Also, Daily WeWeb liegt bei 20.260 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der Support für heute und überhaupt für den Retest liegt bei 20.099 aktuell. Das heißt im Daily bitte über 20.000 schließen, beziehungsweise 20.090, du weißt ja, ein paar Dollar hoch und runter ist immer der Fall, aber psychologische Hürde. Warum? Nochmal der Fall, wenn das Ding unter 20.000 schließt, beziehungsweise unter 20.798, was schon haarig wäre, unter 20.000, wirst du es überall von den Dächern geschrien bekommen. Bitcoin unter 20.000. Genau, also am besten über 20.000 schließen, dann sind wir safe. Im Daily auf jeden Fall, im Weekly sowieso. Also, und the last hope, der letzte Support sind eben die 19.768, das letzte All-Time-High, ich kann es nicht genug erwähnen. Also, 4 Stunden Kerze bitte über 20.260, Daily über 20.000, am besten 21.000 nicht verpassen. So, jetzt kommt nochmal, damit du es auch hast, ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn man sich das so mit reinzieht. Kommen wir nochmal zum stochastischen RSI und heute nehmen wir nochmal den MACD rein, der hat uns gestern gute Dienste geleistet. So, 1 Stunden Chart ist hier dabei, Bullish zu kosten, obwohl er auf dem Weg war, der stochastische RSI zum unterkauften Bereich. Also, auch hier sehen wir, könnte es nochmal die kleine Trendwende geben, aber Obacht, der Kurs ist hier schon im überkauften Bereich gewesen. Das heißt, wenn er hier nochmal den Stunt vollbringt, nach oben gehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er trotzdem absinkt. Und dann würde der Kurs das hier machen und hier sich entscheiden. Und auch hier siehst du ganz zaghaft im MACD hoffentlich, dass hier ein Bullisher Cross oder Anstand, ein bärischer Cross, Entschuldigung, jetzt aber aufgekauft wird. Passt zu dem, was ich hier oben schon gezeigt habe. Also, alles cool, wir switchen jetzt in den 2 Stunden Chart. Hier kommt der Druck auch von oben, also auch das ist erstmal nicht so positiv zu werden für den 1 Stunden Chart, beziehungsweise bestätigt das, was wir eben uns gesagt haben. Vielleicht nochmal den Pump, wenn er den Support findet. Wir erinnern uns hier nochmal an den WeWrap. Und dann geht es weiter, ansonsten der MACD ist hier in entspannter Mittellage. Können wir erstmal aus meiner Sicht hier ignorieren. Im 4 Stunden Chart ist das, was wir im 1 Stunden Chart schon gesagt haben, was passieren könnte. Im 1 Stunden Chart ist er ja hier noch an dieser Position und crosst sich, geht hier jetzt nach oben und geht oder könnte dann hier nach unten gehen. Der MACD ist hier relativ bullish gestimmt. Auch das stimmt eher dazu, dass der Kurs hier wirklich nochmal versucht, und das wird die ganze Zeit so gehen. Ich habe ja gestern schon gesagt, der Kurs ist sehr, sehr volatil. Und bei den Ausschlägen, die wir hier oben sehen, glaube ich, stimmst du mir dazu, dass hier ziemlich viel Bewegung mit drin ist. Also, 4 Stunden Chart haben wir auch abgefrühstückt. Gut, alle Zeichen sehen übergeordnet erstmal bärisch aus, beziehungsweise, ja, Retest, Ausbruch, hm, schauen wir einfach mal. So, Daily, was sagt das Große? Ist hier bullish gestimmt. Warum sage ich das Daily? Weil wir hier im Monthly closen, um perfektes Deutsch zu sprechen. Wir haben den 31. immer noch. Wer hätte das gedacht? Den ganzen Tag haben wir heute den 31. So, letzter Tag im Monat. Morgen ist Wrecked Tambor. Ich liebe diesen Spruch. Also, get wrecked im September. Dort müssen wir aufpassen. Erste, zweite Woche steigt extrem das Risiko für den Dump und dann hoffentlich den letzten Dump. Also, hier schon mal positiv haben wir uns das Ganze mal angeguckt. Denn, vielleicht nochmal, so, was wollen wir hier sehen? So, Weekly geht hier nochmal nach unten. Das heißt, der Kurs, deswegen sagen wir, ist hier quasi schon verdammt. Und, jetzt doomed, dass er fällt über die nächsten Tage, beziehungsweise ein, zwei Wochen. Letzter Dump siehst du nochmal hier erklärt. Auch ein Indiz dafür, dass wir hier nochmal so diesen letzten Absacker haben. Aber dann, schlussendlich, es gibt dann so Dinge auf der Welt, die das Ganze nochmal umdrehen könnten. Aber, laut der TA, die wir hier haben, ist dann auch irgendwann mal Schluss. Und der Kurs wird über die nächsten Monate, oder hat das Potenzial über die nächsten Monate wieder zu steigen. So, schönes, abgefrühstücktes Ding. Zehn Minuten, sehr schön. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert, ist aber wichtig, was wir hier haben. Und ich blende dir nochmal hier zum Schluss den, wo habe ich es, Multi-Time-Frame-WeWeb mit ein. Dann hast du nochmal die Zahlen hier eingeblendet, sogar über mir. Wunderbar, beziehungsweise das Schlussbild sollte vielleicht ein schöneres sein. So, Falling Wedge, Ausbruch ist getätigt. 20.000 sollte im Daily am besten halten. Und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und damit, mach's gut!